Musik Socken, Söckchen und Strumpfhosen von Avela Musik Klassisch oder modisch? Musik Für jeden Tag Und für besondere Gelegenheiten Diese gibt es jetzt bei Coop in vielen aktuellen Trendfarben Auf diesen modernen Hochleistungsstrumpf-Welpenmatten entsteht aus feinstem Garn alle drei Minuten ein paar Avela-Strumpfhosen Aus einzelnen Strümpfen zwar noch und bei der Zeche noch offen Aber schon mit dem Hosenteil und mit eingestrickter Fersen Musik Die Maschine schliesst zuerst die Fussspitze Und näht dann die beiden Strumpfteile zu der eigentlichen Strumpfhose zusammen Erst jetzt werden die Rohlin je nach Bedarf so gefärbt, wie es die aktuellen Trends verlangt Und diese Anlage verpasst die Strumpfhose anschliessend unter Dampf ihre bleibende Form Für mehr Komfort und einen perfekten Sitz Avela-Strumpfhosen von Coop sind jetzt so günstig, dass man einfach muss zugreifen Eier im Brätmantel Oder einfacher gesagt Vogelnästchen steht heute auf der Speiskarte Ich habe pro Person zwei Eier hart gekocht, abgeschreckt und geschält Ich habe die Säbeln fein gehackt, Rüebeln fein gewürfelt und Lauch sehr fein geschnitten Und alles mit gehacktem Peterli etwa 10 Minuten im Öl gedämpft Ich habe dann alles mit der Brätmasse gut verknettet Und jetzt werden die Eier in das Brät eingepackt Am besten geht es natürlich, wenn sie es mit den Händen machen, wo sie etwas anfüchten Und dann werden die Kugeln im Paniermehl gedreht Und im heissen Öl schön ausbachen Das Rezept, das wissen Sie ja, finden Sie in der Coop-Zeitung Und servieren Sie sie doch mit einem frischen Salat Einen guten Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 3 für 2 Dosen Midi-Erbschen und Rüebeln für nur 4 Franken Morgen, übermorgen und am Samstag offeriert Ihnen Coop ausländische Gurken für nur 1 Zeh pro Stück Und nur am Freitag und am Samstag einen feinen Butterzopf für nur 2,40 Auf Wiedersehen!